Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Abigail, der am 18. April in den deutschen Kinos startet. Ich bin nicht Abigail, ich bin erst du und das kann man jetzt nicht schon mal verraten, leider Rino ist keine Abigail und Zero ist auch keine Abigail. Trotzdem hallo euch beiden. Hallo. Salve. Aber trotzdem, zwar keine Abigail, aber trotzdem ein bisschen Gale sind wir alle zusammen. Wir mögen dich so wie du bist, das kann man hier so stehen lassen. So, lass uns das nicht vertiefen. Ihr Lieben, wir haben uns heute ganz frisch Abigail angeguckt, den neuen Film von Radio Silence, das ist eine Art Filmkollektiv, den zwei Regisseure voranstehen, nämlich Matt Bettinelli Olpen und Tyler Gillette. Die haben die letzten beiden Screenfilme gedreht und haben jetzt halt Abigail rausgehauen und haben auch davor einen Film gemacht, der gut ankam, nämlich Ready or Not. Ähm, Zero, sagt dir das was? Ready or Not. Nee, achso. Äh, ja, natürlich, die sagen mir alle was. Ich hab letztens, ich hab fast jeden Film von den Jungs gesehen und wir gehen ja, wenn du schon Ready or Not erwähnst, ein bisschen in die gleiche Schiene heute. Ja, stimmt, ich musste auch bei Abigail an Ready or Not denken. Rino, bist du Fans der beiden Regisseure oder sagst du mir gerade sowas wie, wer sind die noch nie gehört? Ja, letzteres. Ähm, tatsächlich komplett unbekannt. Ich hab vorher ein bisschen reingeschaut und gesehen eben letzte bei Screamfilme und so, die kenn ich aber auch beide nicht. Bei Scream hab ich mich auch irgendwie schon vor einer Weile ausgeklingt. Deswegen war mir das alles relativ neu. Ja, ich war gespannt drauf, weil sie ja wirklich für Abigail quasi Scream 7 sausen gelassen haben. Sie haben dafür aber die Scream-Darstellerin Melissa Barrera mitgenommen und haben ansonsten auch einen relativ, ja, ich würd sagen, interessanten Cast. Sie haben Dan Stevens, der jüngst auch gerade in Godzilla X-Kong zu sehen ist. Wir haben Catherine Newton, die war jetzt letztens in Lisa Frankenstein zu sehen. Äh, dann haben wir noch Kevin Durant, der für mich ja der heimliche MVP des Filmes ist. Wir haben Giancarlo Esposito und wir haben Angus Cloud, den Euphoria-Darsteller, der leider vor einiger Zeit verstorben ist. Und ich glaube, hier auch seine letzte Leinwand präsentiert. Ja, anscheinend, hab ich heute auch gesehen, ja. Ja, schade, schade. Ähm, und wir haben aber auch eine Sache und zwar, und jetzt wird's ein bisschen kompliziert für uns. Ähm, dieser Film wurde ja selbstverständlich von Universal mit Trailern und Teasern beworben. Und in jedem dieser Teaser und Trailer wird der, in Anführungszeichen, Twist des Films verraten. Ähm, wir wollen jetzt aber zu Beginn gar nicht auf diesen Twist eingehen. Das heißt, wenn ihr absolut keine Ahnung von dem Film habt, dann meine Empfehlung, hört euch die, ja, die erste Phase unseres Podcasts an. Da werden wir euch auch ein Fazit geben, ohne zu spoilern. Und wenn ihr dann sagt, ja, Film interessiert mich, dann geht in diesen Film rein. Und wie gesagt, guckt euch keine Schwelle an, denn es gibt, wie gesagt, eine kleine Überraschung in dem Film. Wir werden aber nach einer gewissen Zeit auch eine Spoilerwarnung raushauen und dann wirklich auch über den Twist hier verraten, den halt Universal schon in ihren Trailern und Teasern offenbart hat. Ähm, ich mach's auch ganz kurz, was die Inhaltsangabe angeht. Es geht um eine wild zusammengewürfelte Bande von Profiverbrechern, die ein kleines Kind entführen, die, so wie sie es aussieht, eine sehr vermögende Familie hat. Denn sie wird halt, was soll ich sagen, 50 Millionen sollen sie dafür bekommen, ne? 50. Ja, zusammen oder jeder? Nee, zusammen, ne? Und das wird dann verteilt, ja. Zusammen, zusammen. Ich glaub, jeder bekommt 7 Millionen, 8 Millionen, die ich versprochen. Ja, genau, stimmt. Genau, sowas. Ähm, und sie, ja, sie bringen das Paket halt an die vereinbarte Stelle und sollen dann in einem Haus einfach 24 Stunden warten, dann bekommen sie das Geld. Ja, die Prämisse klingt jetzt erstmal okay. Hey, das klingt vor allem nach einem Film, der könnte eigentlich alles sein, Actionfilm, Thriller, Horror. Äh, ich persönlich würde jetzt aber schon mal sagen, ich würde Abigail ähnlich wie Ready or Not, wie gesagt, für den gleichen Regisseuren, als Horror-Komödie deklarieren. Zero, wie siehst du das? Ah, da hab ich auch vorhin lange drüber nachgedacht. Äh, ich wehe die Komödie da drin ganz stark. Da find ich die größten Anteile mit. Aber bei Horror gehört bei mir auch immer ein bisschen Grusel dazu. Und nur die eine Sache, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, ja, die gehört in den Horror-Bereich, deswegen passt es dazu. Aber für mich ist es eigentlich eher nur Komödie mit leichten Horror-Anleihen. Weil so gegruselt hab ich mich halt nicht einmal oder das waren paar schöne, sprattige Szenen irgendwie mit da drinnen. Das hat mich gefreut, aber da lach ich auch drüber, aber da war nichts Erschreckendes oder wo du sagst, oh Gott. Man muss mal ja sagen, Zero, du bist ja auch eher, ja, sehr willensstark, äh, deswegen frage ich mal jemanden, der nicht willensstark ist. Rino, ist Abigail wieder in Horror-Komödie oder sagst du? Nein, nein, das war für mich ein externalistisches Drama über Furcht und Beziehung. Ja, eine, eine Dokument-, Mockumentary. Nee, ich seh's tatsächlich ein bisschen andersrum. Ich fand ihn jetzt, also ich weiß, er hat sich bemüht hier, da ein bisschen lustig zu sein, aber jetzt zum Schreien komisch fand ich den nicht. Ich fand dann die Horror-Anteile doch schon eher prägnanter tatsächlich. Ah, das ist wirklich ganz spannend, weil ich finde halt ihn schon, ich würde ihn wirklich als Horror-Komödie bezeichnen, ich finde, er hat ganz klare Horror-Vibes. Ich finde auch nicht, dass bei Horror man immer zwingend so diesen Gruselfaktor hat, weil gruselig ist der wirklich nicht. Man hat so die obligatorischen Jumpscares, die sind natürlich vorhanden, aber ich finde, als Horror-Komödie macht er an und für sich einen guten Job. Ich habe gelacht, nicht laut gelacht, aber ich habe immer wieder geschmunzelt. Ich erwähnte ja schon Kevin Durant oder Durant, wie er ausgesprochen wird, als Peter. Das ist so ein bulliger Kerl, so der Mann fürs Grobe, den fand ich unglaublich sympathisch. Ich fand auch, dass sie es ganz gut geschafft haben, eine Art Dynamik aufzubauen innerhalb dieses Gangster-Teams, wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, das ist alles jetzt sehr, ja, das Einmaleins der charakterischen Dynamiken. Das ist jetzt kein Film, der durch besonders komplexe Figuren auffällt. Oder siehst du das anders, Reno? Nee, tatsächlich auch nicht. Und mir ging dann auch so ein bisschen diese Versuche hier, die Dynamik, wie man so ein bisschen versucht, diese Charaktere dann, dass sie alle nicht so recht wissen, jetzt wäre es, was ist der Background von allen? Und da dann noch irgendwie reinzuschleichen am Anfang, ist da jetzt einer drunter, der uns hintergeht irgendwie. Das wird ja nachher auch, ist überhaupt nicht Teil des Plots und überhaupt nicht wichtig. Und das dann noch zu versuchen, da so ein bisschen Stimmung reinzudrehen, fand ich dann fast echt total überflüssig. Vor allem auch unglaubwürdig, weil der Punkt da ist, dass einer von denen dann dem Mädchen quasi sein Geheimnis verrät, habe ich ja nicht mehr gedacht, warum soll der das machen? Warum soll der dem Mädchen sagen, ich bin der Maulwurf quasi und niemand hinterfragt das jemals. Und es war halt, oh, okay, na gut, aber warum? Und danach geht es ja dann auch relativ schnell in eine ganz andere Richtung. Von daher war es dann doch in Ordnung. Was ich aber schön fand, war wirklich die Dynamik zwischen den Figuren. Die war jetzt nicht überragend großartig, aber doch sehr unterhaltsam. Und Kevin Durand ganz, ganz großartig, auch wenn mich wahnsinnig irritiert jedes Mal, wie sehr er aussieht wie Elon Musk. Aufgepumpte Hulk Elon Musk. Okay. Aber viel sympathischer dabei. Zero, wie war es für dich, war das für dich eine Ansandung von ineffizienten Arschgeigen? Du hast gesagt, es sind zwar Arschgeigen, aber hey, es ist wie beim Telescharm zwischen, deswegen mag ich das ganz gerne. Eigentlich könnte ich es jetzt genauso unterstrahlen, wie du es gesagt hast, aber ich fand die schon interessant. Was mich anfangs aber nur so zwei Minuten gestört hat, war von Angus Cloud halt die Figur, weil diesen Pseudo-Dower-Stoner, so wie er ein bisschen rüberkam, fand ich ein bisschen drüber. Aber der hat sich dann auch ein bisschen gut eingemacht, der hat ein paar gute Jokes gebracht. Ich fand die alle ganz nett, aber ich brauchte, ganz ehrlich, bei Kevin Durand brauchte ich mit am längsten, um da ein bisschen so connecten zu können. Weil der ist ja schon der Vorzeige-Bodybuilder in Komödien, nenne ich es mal. Aber die haben alle zusammen Spaß gemacht. Ich fand auch, das Mädel selber fand ich auch richtig stark. Die hatte auch noch ein paar gute Lines. Also im ganzen Gros. Also wie gesagt, ich habe da wirklich, ich habe mehrfach sogar laut gelacht. Also mindestens fünfmal. Ich wurde auch doof angeguckt. Das ist okay, weißt du, bei Presseaufführungen, da lacht man auch normalerweise nicht. Aber das lernst du noch. Du bist auch in der Anfangsphase. Keine Panik. Das züchten wir dir noch aus. Keine Sorge. Ich muss auch sagen, ich fand diese Entführungsinszenierung am Anfang auch echt heftig irgendwie. Also wie dieses Mädchen da rauszerren und alles. Und sie dann ausnocken mit einer Spritze und was weiß ich. Das ist, wenn man jetzt den Trailer gesehen hat, kann ich mir vorstellen, dass das schon echt heftig inszeniert ist. Es ist halt schon so ein Spiel mit den Tonalitäten, die der Film hat. Also er ist ja am Anfang, wirkt ja noch relativ, in Anführungszeichen, ernst. Der behält sich auch immer eine gewisse Ernsthaftigkeit. Aber irgendwann kommt ein Augenzwinker dazu. Und das führt mich dazu mit zum Thema Gewalt. Der Film ist FSK 16. Er ist aber schon sehr brutal. Er hat, das kann man sagen, wirklich, also die Macher hatten das schon bei Radio Not bewiesen. Die scheinen irgendwas übrig zu haben für Blutfontänen. Das ist, glaube ich, da stehen die voll drauf. Am Ende ist quasi alles rot. Ich fand, die Gewalt passte zu dem Film, weil die halt so übertrieben war, dass ich sie nicht ernst nehmen kann. Trotz allem war, wenn Gewalt passiert, sie auch immer in der Hinsicht ernsthaft, dass ich mich auch wirklich teilweise um die Figuren sorgen musste. Ich erwähnte ja schon der Kevin Durant, der den Peter spielt. Der bekommt es halt auch ein paar Mal ab. Und ich fand tatsächlich diese, wie sie Gewalt inszenieren, es war nicht schockierend. Aber trotz allem hat sie dann doch bei mir zumindest die Wirkung nicht verfehlt. Ja, bei mir ist dann dieses Problem, man hat halt schon so viel gesehen. Ich kann dann immer Respekt sagen, wie die Effekte dann gemacht wurden, wenn mal irgendwas abgetrennt ist. Aber das ist halt, wie du schon erwähnt hast, so übertrieben. Da kamen bei mir leider die, ich glaube, unangebrachten Lacher öfter mal. Aber das fand ich halt überwiegend halt nur unterhaltsam und lustig, weil es halt überspitzt war. Ja, aber ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Da hätte man noch ein bisschen was machen können. Ich fand es auch ein bisschen schade, weil der Effekt, wenn da mal was richtig hart explodiert ist an Körpern, dann ging das halt zu schnell. Also da hätte ich gerne schon so eine größere Welle gesehen, dass man sieht, was wohin spritzt. Das haben wir mir ein bisschen zu schnell gemacht. Naja, ich sag mal so, wenn ein Luftpallon explodiert, dann geht das halt auch schnell. Das darfst du nicht vergessen. Rino, du blutlustener Freak, was sagst du zum Gewaltgrad von Abigail? Ja, ist halt Spaßgewalt eigentlich. Also nichts davon ist jetzt wirklich, wo man vorwahren müsste oder so, glaube ich. Gerade wenn man eingefleischter Horrorfan ist. Es macht aber schon Spaß. Also wie auch Zero sagt, die Stellen, wo ich auch laut rausgelacht habe und was von mir gegeben habe, waren die Stellen, wo man denkt, oh, Alter. Die kommen ja auch so relativ schnell aus dem Nichts raus und die funktionieren ganz wunderbar. Es ist auch nicht so CGI-Dings. Also bei den Dings schon, aber es wirkt sehr gut. Es wirkt nicht zu digital, fand ich. Also es gibt schon halt ganz deutliche CGI-Effekte in dem Film, aber sie haben auch wirklich viel Hand gemacht. Wie gesagt, wenn man halt den Ready or Not gesehen hat, dann weiß man ungefähr, was auf einem zukommt, so vom Härtegrad, weil die nehmen sich nicht viel. Alleine Ready or Not spielt halt in einem Haus. Abigail spielt zu 90 Prozent in einem Haus. Die sind sich schon relativ ähnlich. Ich muss auch sagen, Abigail ist auch echt gut inszeniert. Ich möchte hier vor allem den Kameramann hervorheben, Aaron Morton. Der hat schon das Evil Dead-Remake ins richtige Licht gesetzt von Peter Alvarez. Nicht falsch verstehen, das sind atmosphärisch zwei andere Kaliber. Aber dieser Aaron Morton, der kann es wirklich. Also ich glaube, von dem werden wir noch in Zukunft einiges sehen. Und ja, darstellerisch ist es auch okay. Melissa Barrera ist hier quasi so ein bisschen die Heldin, mit der habe ich gerne mitgefiebert. Dan Stevens ist immer gut. Und ich muss sogar sagen, es gab einen, ich glaube, es war ein Verweis, weil man erfährt halt im Laufe der Handlung die, in Anführungszeichen, echten Namen der Protagonisten. Und der Name von Dan Stevens ist, glaube ich, nicht, wie soll ich sagen, nicht zufälligerweise eine Mischung aus Adam Wingard und Simon Barrett, die Macher, die mit ihnen The Guest gemacht haben. Und die dann jetzt auch die neuen Godzilla-Filme gemacht haben. Aber es ist nur ein bisschen hier Fangenörte von meiner Seite. Zero, gibt es bei dir irgendwas bei der Inszenierung, was du herausstellen möchtest? Oder wo du vielleicht sogar sagst, nee, das fand ich nicht so gut? Oder sagst du, alles soweit echt gut poliert und kann so durchgehen durch den TÜV? Also für einen unterhaltsamen Film kann das alles erstmal so durchgehen. Wo ich sagen muss, was ich richtig stark fand, war halt das Mädel selber. Auch, dass sie diese ganzen Tanzchoreos sah, sich alle nochmal reingeballert hat. Und habt ihr wahrscheinlich auch nochmal nachgeguckt. Sie hat ja fast all ihre Stunts auch selber gemacht. Also die Regisseur sagt, bis zu 98 Prozent hat sie selber gemacht. Auch diese Wire-Sachen. Also ich fand die top. Ich würde die gerne jetzt öfter in eher solchen Filmen sehen als in Mathilda. Ich persönlich fand das Mädel tatsächlich am Anfang so ein bisschen aufgesetzt, wo sie halt noch das Opfer spielt und ist, was ja passt. Von daher weiß ich nicht, ob es an den schauspielerischen Qualitäten liegt oder ob es die Inszenierung ist, ob es gewollt ist. Aber später blüht sie total auf. Und da habe ich ja auch alles abgekauft. Und was ich auch nochmal richtig, richtig geil fand, war dieses wundervolle, fantastische, alte Resident-Evil-Anwesen-Haus. Hat mir super gut gefallen. Sehr schönes Set-Design. Richtig, richtig gut inszeniert. 100 pro irgendwie ein bisschen Resident-Evil beeinflusst. Also wer The Village gespielt hat oder auch ein bisschen 7 und den ersten Teil. Weil ich glaube, da haben die sich, würde ich jetzt fast behaupten, dass man da ein bisschen hingelenzt hat. Gibt da dann später auch auf dem Bildschirm sogar so eine Map, die genau aussieht wie aus dem Resident-Evil-Spiel mit den Räumen und so weiter. Dachte ich auch. Ah, komm. Das ist doch bestimmt ein kleiner Motto. Eigentlich schade, dass es keine Figur gab, die Jill hieß. Es könnte mal ein Jill Sandwich dann. Ja, richtig. Und auch nicht so richtig, so ein Puzzle-Haus ist es auch nicht. Ein klein bisschen, aber nicht so richtig. Aber geiles Set, total. Von meiner Seite aus wäre es das, zumindest den Part, den ich ohne Spoiler besprechen kann. Wenn ihr noch was habt, was ihr spoilerfrei loswerden könnt, das ist jetzt eure Gelegenheit. Ich bin für Spoilern. Okay. Ja. Gut, bevor wir aber Spoilern machen, machen wir es wirklich ganz kurz. Und zwar ein ganz, ganz kurzes Minifazit. Wir werden gleich nach dem Spoiler-Part noch ein großes Fazit fällen. Aber so ein ganz kurzes Minifazit. Und das fällt bei mir folgendermaßen aus. Der Film ist nicht perfekt. Der hat wirklich seine Schwachpunkte. Aber ich kam dann doch relativ bespaßt aus dem Kino. Und wie ich schon sagte, wenn ihr Radio Nord kennt und mögt, gibt es für mich keinen Grund, Abigail nicht zu gucken. Und ja, deswegen von meiner Seite eine leichte Empfehlung. Ich würde auch sagen, es ist ein sehr sehenswerter Teenie-Fun-Splitter, würde ich ihn sogar eher nennen, weil er doch nicht ganz so hart wird. Und beim Ende, jetzt muss ich mich, ich glaube ich, Lida hat das, glaube ich, geschrieben. Gab ihr irgendeine Rezension von ihr? Der dreht mir ein paar Pirouetten zu viel zum Ende hin. Da hängt die Story ein bisschen. Aber ansonsten ist es ein solides Ding. Kann man sich im Kino angucken. Schöner Samstagabend-Film. Solider Film. Rino, warum ist das für dich der beste Film des Jahres? Wegen Catherine Newton natürlich. Weil das jetzt schon der zweite Film ist mit dir, den wir hier rezensieren. Es ist unser Newton-Verseri quasi. Und ich vermute mal, dass da noch mehr kommen. Nee. Ich fand sie in Ordnung. Aber jetzt nicht überragend. Der Film macht Spaß. Und er tut, was er will. Was er soll, macht er ganz gut. Ich finde, er gibt sich im Gegenteil zu Zero für dich, dass er sich tatsächlich besonders Mühe gibt, im letzten Drittel nicht abzufallen. Und dafür würde ich ihn auch noch mal besonders loben. Ich finde tatsächlich eher am Anfang, habe ich eher gedacht, okay, komm, cut the bullshit, kommt zur Sache. Hat dann auch aber mit dem Spoiler-Dings zu tun. Weil halt, wenn man den Trailer gesehen hat, man weiß, wo es hinläuft. Und dieses ganze Vorgeplänkel eigentlich so ein bisschen überflüssig ist. Und damit leiten wir doch sehr schön in die Geschichte ein, oder? Genau, so. Jetzt mal eine Spoiler-Warnung sei hiermit gesagt. Und wir werden nicht alles spoilern. Also wir werden jetzt nicht sagen, dass am Ende irgendwie die Dinosaurier auftauchen. Wir werden euch aber jetzt das verraten, was wie gesagt die Trailer schon offenbart haben. Nämlich, das Mädel, die titelgebende Abigail, ist ein Vampir. Und hat besondere Fähigkeiten. Sie ist sehr stark. Sie kann sich sehr schnell regenerieren. Und ja, quasi die Gangster sind so was für ihre Opfer. Und wie es so schon heißt, sie spielt halt gerne mit ihrem Essen. Und das ist eben der große Reveal. Und er erinnerte mich so ein bisschen an From Last to Dawn. Und genau wie in From Last to Dawn gibt es auch eine Szene, in der die Heldentruppe überlegt, was machen wir denn? Was hilft? Knoblauch, Kruzikwikse, Silber und solche Sachen. Und das ist mit einer der schönsten Szenen, wenn dann diese Heldengruppe dann versucht, rauszufinden, was sie gegen diesen Vampir tun kann und kräftig scheitert. Und ich finde, ich weiß nicht, ob es mir absichtlich ist, es gibt so ein paar Momente, wo ich dachte, okay, man merkt, dass die voll Scream gedreht haben, weil sie auch mit so ein paar Sachen um die Ecke kommen, die so on the nose Meta sind. Wenn zum Beispiel sie sagen, du gehst dahin, du gehst dorthin, warum nicht zusammenbleiben? Nein, warum sollten wir zusammenbleiben? Das fand ich irgendwie ganz amüsant. Wie war es bei euch? Also ich fand gerade die Jokes über die Sachen, welche Vampire wir überhaupt haben, was wir da machen können, dass dann auch mal was Falsches geholt wird, ein falsches Gemüse. Das ist, glaube ich, ein Isse-Gemüse, ja. Und das fand ich alles richtig stark, weil im Endeffekt sind das ja nicht die Waffen, die geholfen haben. Und ja, wie gesagt, diese Vampirdinger könnten wieder öfter kommen dadurch, weil es gab letzte Zeiten, fand ich, nicht ganz so starke Vampirfilme. Die letzten fand ich eher so abflachend. Was war denn der letzte Vampirfilm? Also es gab Renfield definitiv letztes Jahr. Ah ja, ja, stimmt. Und dann die letzte Fahrt der Demeter ist ja auch eigentlich ein Vampirfilm. Okay, den habe ich nicht gesehen. Aber ja, ich finde tatsächlich auch im Vergleich zu Renfield ist Abigail sowohl eine bessere Komödie als auch ein besserer Horrorfilm. Ja, also wie gesagt, Vampire eignen sich halt wirklich für alle möglichen Arten von Filmen. Deswegen, glaube ich, gibt es jetzt nicht den goldenen Vampirfilm. Aber ich finde, sie bekommen es ganz gut hin, zumindest so eine Grundstimmung aufzubauen, gerade was diese Bedrohung angeht, was dieses Mädel betrifft. Gegen Ende allerdings verlieren sie mich dann schon, weil dann sie dann noch was aus dem Hut zaubern nach dem Motto, ja, wir brauchen noch eine andere Bedrohung. Das hat bei mir nicht so funktioniert, vor allem weil die Figuren, Dynamiken, das ist halt so sehr Business as usual, dass man relativ schnell darauf kommt, was wohl noch passieren könnte. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass zum Ende den Versuchen sind für mich auch zu viel. Dann wird nochmal das reingeparkt, da taucht nochmal wer auf und da auch nochmal wer neu ist. Hätte ich jetzt alles nicht gebraucht, also es hätte für mich so einen klassischen Horrorfilm Ende, wäre auch okay. Aber im Endeffekt, ich konnte es verschmerzen. Also mit dem Lächeln im Gesicht konnte ich es verschmerzen. Ja, ich fand es jetzt auch nicht überragend mega gelungen, aber ich fand, man merkt, dass er halt versucht hat, dieses letzte Drittel nochmal richtig alles rauszuholen, nochmal spannend zu machen. Das hat mich dann doch dann gepackt. Also gerade, wo ich am Punkt war, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich langsam so ein bisschen genug, dann haben sie doch noch genug Sachen versucht, aus dem Hut zu zaubern, die es dann irgendwie nochmal spannend und witzig gemacht haben und das fand ich gut. Ich fand auch das letzte Cameo, das ich jetzt auch nicht verrate am Ende, aber da habe ich mich auch noch sehr drüber gefreut. Fand ich super gelungen. Wobei ich da sagen muss, okay, ich kenne den Mann, der da auftritt, aber es ist jetzt auch kein richtiger, sag ich mal, Superstar. Da dachte ich auch so, ja. Nee, aber ich fand, erstens bringt er das sehr gut rüber und ich fand halt auch, gut, das ist jetzt meine persönliche Vorliebe, aber der letzte Film, wo ich ihn gesehen habe und überragend gut fand, war Stoker von Park Chan-Wook und das ist ja quasi auch, ist Ewigkeiten her, aber ist ja auch irgendwo ein Vampirfilm, auch wenn keine echten Vampire drin sind und deswegen hat es mich gefreut. Ich finde halt, für mich hatte der Film halt ein großes Problem und zwar, wenn du halt wegen der Trailer schon weißt, was der Twist ist, dann wartest du halt nur darauf, dass es endlich kapiert. Ja, dann ist der Anfang halt zu lang. Und der Anfang war halt wirklich für mich zäh. Wenn es für mich einen wirklich ganz, ganz klaren Schwachpunkt in dem Film gab und ich glaube, da kann der Film für sich halt gar nichts dran, weil wenn ich das nicht gewusst hätte, glaube ich, dass der Anfang für mich ganz gut funktioniert hätte. Das wäre jetzt kein Shakespeare gewesen oder Hitchcock, aber es wäre funktionell gewesen. Aber so saß ich halt da und dachte, ja, okay, jetzt wird der noch vorgestellt. Okay, ja, cool. Okay, danke für die Information. Es gibt sogar so eine Szene im Billardzimmer, wo dann die Minister Barrera quasi sagt, so was die Background-Geschichte von jedem Einzelnen ist. Wo ich dachte, ja, okay, ich verstehe es. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass jetzt gleich ein Vampir-Mädchen um die Ecke gesprungen kommen, dann hätte das für mich funktioniert. So muss ich wirklich sagen, die erste halbe bis dreiviertel Stunde war für mich mehr ein Geduldsspiel als wirklich unterhaltsam. Ja, das ist halt das Dilemma irgendwie von dem Film. Der Unique Selling Point ist dieses Vampir-Ballerina-Mädchen. Und das ist auch das Erste, was sie im Trailer zeigen und auch auf dem Filmparkat, wie ich gerade sehe. Und das ist halt das, was die Ärsche ins Kino kriegt, weil das die Prämisse ausmacht, die geil ist. Fünf Leute entführen Vampir-Mädchen. Damit hast du eigentlich mir den Film schon verkauft. Jetzt dummerweise ist er so inszeniert, als würde man es nicht wissen. Und Leute, die den Sachen aus dem Weg gehen und das dann auch schaffen, für die, glaube ich, wirkt er dann, wie du auch schon meintest, bevor wir jetzt angefangen haben, wirkt er auch nochmal ganz anders. Aber für den absoluten Großteil, der in diesen Film reingeht, weil die Bock auf das Vampir-Mädchen haben, ist der Anfang dann doch zu, weiß ich nicht, wie nennt man das, zu langgezogen dadurch. Und er versucht einen ja auch so ein bisschen zu täuschen. Also die Mitleidsnummer auch von dem Mädchen und eben diese Intrigen anzetteln am Anfang noch, dass dieser Versuch irgendwie, das ist total spannend, weil man das nicht weiß. Aber sonst ist es halt ein bisschen viel in der Decke, komm, jetzt kann es auch mal langsam losgehen. Also ich habe die Trailer, was heißt leider, ich habe mir mehrfach auch angeguckt und ich habe dann immer gewartet, okay, die Szene haben wird so abgeschnitten, dann da was weggeschickt. Das fand ich dann wieder interessant. Aber das ist auch, glaube ich, eher so ein bisschen rumnörden im Film. Aber ansonsten, ja, ein bisschen kürzer wäre schon schön. Und schlimm wäre jetzt noch gewesen, hätten sie den Arbeitstitel Dracula's Tochter behalten, dann hätten sie das ja gleich schon mit dem Namen schon gespoilert. Ja, ich weiß, weiß aber nicht. Das hätten sie wirklich kürzer machen können oder halt besser verpacken. Ich hätte auch diese Szene, was du schon erwähnt hast, wo sie die ganzen Leute aufsteht, was ihre Background-Dinger sind, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Das hätte man ja auch so in irgendeine Einzelssene ja bringen können. Das hätte man ja gemerkt, was das für Charaktere sind. Und hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Da hätte man schon wieder gut drei, vier Minuten einsparen können. Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass du ein bisschen Background-Wissen für die Figuren hast. Ich finde halt, wie sie es gemacht haben, es war so, okay, das müssen wir jetzt abhaken. Und das wird ja wirklich dann, dass sie einfach zeigt, dass sie Menschenkenntnisse hat und dann einfach darum geht und sagt, ja, du bist das, du warst das. Das fand ich ein bisschen, ja, das war so pflichtschuldig. Also wie gesagt, ich glaube, du brauchst Background, weil ansonsten wären es einfach nur noch 15 Blutkonserven, die man in die Wand schmeißt. Aber ja, ich glaube, man hätte das drumherum auch ein bisschen abkürzen können. Also zum Beispiel, ich fand die gesamte Figur oder Rolle und ich weiß, es gibt viele Fans und er ist auch ein guter Schauspieler, aber Giancarlo Esposito hätte das nicht gebraucht. Auch wenn er am Ende nochmal kurz vorbeikommt und das dann nochmal so ein kleiner Mini-Twist geht, wenn die nicht enthüllen müssen. Aber das war für mich eigentlich nur wieder so, braucht man eigentlich gar nicht. Ja, er spielt halt auch immer Gustavo Fring und auch hier tritt er wieder genauso auf, was echt ein bisschen schade ist, obwohl ich dann tatsächlich Spaß gehabt habe dran, wie es später läuft, weil er dann ein bisschen ausbricht aus dem, wie man es kennt. Doch, war schon okay, aber ja, grundsätzlich ist das nicht eine Rolle, die es braucht, aber doch, doch, das war genau Teil noch von dem letzten Drittel, wo es, glaube ich, ohne wäre es ein bisschen langweiliger gewesen. Hat doch auch nochmal für eine spaßige Szene gesorgt. Dafür habe ich gelernt, wahrscheinlich, Giancarlo Esposito, auch im Jahr 2024, wahrscheinlich noch sehr teuer, weil er wirklich nur drei Minuten insgesamt oder so im Film ist, also es ist schon kurz, den größten Teil ist er raus. Weil ich auch überrascht war, weil hier Kevin Durant ja auch mehr Screen time hatte, als ich gedacht habe, weil ich sah den dann im Auto und dachte mir, okay, willkommen, das ist das erste Opfer und unter Garantie und war dann überrascht, dass er dann noch länger durchgehalten hat. Also er ist halt immer für die guten Jokes da gewesen. Also den haben wir halt dann immer genommen, wenn sie nochmal wen brauchen, der vielleicht nicht ganz so der Smarteste ist in der Gruppe und das hat er halt gut durchgespielt. Also man hat nicht gedacht, das ist einfach nur der Trottel, der da ein bisschen ausgenutzt wird, sondern man hat immer auch mit dem mitgefühlt. Also er hat das gut rübergebracht. Und was man eben auch noch sagen muss, das hat man schon erwähnt, aber der Film ist halt von seiner Brutalität so übertrieben und die werden halt von diesem bösen Mädel halt so traktiert, dass sie eigentlich schon beim ersten Angriff glaube ich alle tot sein müssten. Also das ist schon sehr interessant, dass da auch mal so ein Flock durchs Bein irgendwie so eine Art ja, Fleischwunde, weiter geht's. In der einen Szene haut sie die ganze Tür auseinander und dann in der anderen wartet sie, bringt einen One-Liner, der halt auch schon im Trailer kommt. Und ja, das war aber auch so, ja, den bringe ich jetzt, weil sonst würde ich ja sofort hier alles zusammenmetzeln. Ja, man muss auch sagen, dass das ist am Ende dann von der Kleinen auch eine Art, ich nenne es mal, Entwicklung gibt, die dann auch so sehr überhastet kommt und wo ich dann dachte, okay, also das haben wir jetzt, okay, weil die Minister bei Rarabas-Fingru hatten auch jetzt ein Kind und, aber okay, weißt du, so eine Art von Film, das schenke ich dem, ja, das macht Spaß, wie gesagt, sobald dieser Reveal kommt, dass es ein Vampirmädchen ist, dann macht der Film Freude, dann, dann subbt der auch teilweise ordentlich, wie gesagt, am Ende ist wirklich alles rot, wortwörtlich, ich glaube wirklich, dass die Jungs, die das gedreht haben, ein Faible haben für junge Damen, die komplett blutgeschmiert sind, weil genauso wie Samara Weaving am Ende von Ready or Not aussieht, sieht halt auch Melissa Barrett dann letztlich aus, es ist glaube ich, so eine Art von Ästhetik, da haben die ihren Spaß mit und sollen sie es doch gerne haben, also ich bin froh, dass ich es nicht sauber machen muss. Die Regisseure hatten mir auch gesagt, sie haben sich bei den Darstellern nachentschuldigt, dass so viel Blut benutzt wurde, weil die halt immer durchgehend eingesaut waren und das klebt ja auch wie Sau, das ist glaube ich nicht so schön am Körper. Letztlich bietet der Film für die eine Fraktion Ballett und für die andere Fraktion Blutfontaine und ja, beide Seiten können damit glücklich sein. Damit haben wir unsere Auftrags, unsere, ja unsere pädagogische Lehrpflicht erfüllt und können zu unserem großen Fazit kommen und ich schiebe mich auch mal vor, ich finde, ja ich sagte schon, das ist ein guter Film, der ist nicht perfekt, vor allem halt, wenn man den Twist kennt, ist es für mich die ersten 30, 45 Minuten, wo er halt wirklich zäh ist und ich habe es halt beobachtet beim Kollegen, der den Twist nicht kannte und der fand den Anfang auch ganz interessant, nicht stark, aber ganz spaßig, dementsprechend, ja gut, wenn ihr das jetzt gehört habt, wisst ihr, wie der Twist ist und sowas, ist es egal, deswegen, wenn ihr für so eine Art von Film offen seid, dann wartet ab, ihr braucht Geduld, aber wenn er dann die Kleine von der Leine lässt, ist das ein spaßiger Film, kein Film, über den wir in drei, vier Jahren noch reden werden, das glaube ich nicht, aber für einen Freitagabend ist es wirklich, ja, solide, gute, horrorkomödiantische Unterhaltung. Zero, deine Meinung bitte? Also für mich ist das Fazit, also ich fand es wirklich herausragend zuzusehen, wie halt so eine abhörhafte Kidnapper-Truppe, so eine kleine Vampir-Ballerina erstmal einfängt und dann von ihr aber auch ganz makaber nach dem Abzählreim schön dezimiert wird und es hat sich richtig schön überwiegend in meinen Lachnerv festgebissen, man konnte gut lachen, für mich ist halt nicht ganz so viel Horror, aber im Spaßsegment deutlich, deutlich besser und wie gesagt, für einen lustigen Abend 100 Pro zu empfehlen. Ja, ich schließe mich mehr oder weniger dem Ganzen an, auch wenn ich sage, dass der komödiantische Faktor bei mir nicht immer ganz gezündet hat, ich fand ein paar von den geskripteten Jokes fand ich jetzt nicht so wahnsinnig die Brüller, dafür war die Situationskomik eigentlich ganz besser und einfach die Absurdität von der ganzen Inszenierung und die doch sehr spaßig inszenierte übertriebene Vampirgewalt reißen das dann doch wieder raus, dass es eigentlich durchgehend oder heilsam bleibt und durchaus Spaß macht. Wie du sagst, ist nicht ein Film, der ewig lang im Gedächtnis bleibt, ist auch nicht unbedingt ein Film, der irgendwann mal ein Kultklassiker wird wahrscheinlich, aber einer, den man sich auf jeden Fall anschauen kann als Horror-Fan und dann auch Spaß dran hat und unterhalten wird. Der bringt nicht irre viel Neues auf den Tisch, finde ich, aber was er auf den Tisch bringt, ist solide und macht Spaß und ist witzig und funktioniert gut und ja, doch, läuft. Wunderbar, dann sind wir hier mit durch. Vielen Dank da draußen an alle, die uns hier zugehört haben. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Auch haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de und noch ein kleiner, ein bisschen Cross-Promo, wenn ihr jetzt mehr Horror, Horrertainment, nenn ich es mal, haben wollt, ich empfehle euch den Podcast Schocker mit Schlogger, da führe ich die Kollegin Schlogger jeden Monat in einen neuen Horrorfilm ein. Die letzte Folge ist jetzt kürzlich erschienen, das war Hitcher, der Highway-Killer und ich kann hier schon mal offenbaren, was die nächste Folge sein wird, die am 15., nee, am 13., was sag ich dann, am 13. Mai erscheint und da wird Schlogger ein hartes Brett vorfinden, nämlich das Remake von The Hills Have Eyes. Und wer das kennt, weiß, es wird saftig werden. Das wird spannend, vermutlich braucht die Frau danach einen Therapeuten, aber was soll's, was tut mir nicht alles für den Fame und vielen Dank, dass ihr ein bisschen hingehört habt, ich sage tschüss und dann sagt der Zero tschüss und dem Reno gebührt das letzte Wort, tschüss. Ja, mir bleibt noch zu sagen, wer Eltern werden möchte, sollte am 18.4. in den Film reingehen, denn auch Children can be such a monstrous. Damit verabschiede ich mich auch, bette mich wieder splitterfasernackt in eine Wanne voller Jungfrauenblut und Rheuma decken und wünsche euch allen süße Albträume. Diese Erotik. Fantastisch, ich hoffe, es sind frische Jungfrauenkörper und nicht so halbverweste wie das Bad, das in Abigail genommen wird, wo ich mich auch gefragt habe, übrigens, da wäre zwischendurch mal eine Dusche bestimmt angebracht gewesen, das kann nicht gut gerochen haben die ganze Zeit. und damit sage ich auch auf Wiederschauen und vielen Dank fürs Zuhören. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.